Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Oddworld Toastorm. Ich habe mir das hier eine Weile angeschaut, wo man letztes Mal kläglich gescheitert hat und ich habe mir mal eine Taktik überlegt. So, passt mal auf. So, und zwar kann man nicht jeden übernehmen. Der zum Beispiel hat einen Helm. Den kann man nicht übernehmen, aber man kann ihn fesseln. So, komm her, fesseln bitte. So, und alle anderen unten haben nämlich keinen Helm auf. Das heißt, wir können die übernehmen. So, lass mal den mal platzen hier. Ich springe gleich mal runter hier, rüber. So. Jetzt können wir uns die anderen noch schnappen. Dann ist das ganz einfach. So, der ist weg. Wohin sind auch noch welche. Kriege ich einen von denen? Ich hoffe. Irgendwie kriegst du tot. Kann nicht wahr sein. Okay, einer ist weg. Den zweiten kriege ich auch noch. Na, komm schon. Rennen wir aber den nicht, du. Kann sie nur um Stunden handeln? Muss doch mal gehen, ja. Kann doch nicht wahr sein, ja. Jetzt. Okay. So, jetzt habe ich freie Fahrt. Ich darf natürlich nicht draufgehen beim Springen, ne. Ist klar. So. Rüber da. Rüber da. Komm schon. Spiel. Ich möchte weitermachen. Hä, wieso komme ich da nicht runter? Wieso kommt das nicht hoch? Ach, wahrscheinlich, weil die Plattform fehlt. Nee. Geht auch so. So, das haben wir zerstört. Das haben wir geschafft. Schon mal ein bisschen was klauen, ja. Wunderbar. Ging es eigentlich noch weiter unten, oder? War nichts versteckt, oder? Nein. Okay. Gut. Dann geht's weiter. Fünf Leute fehlen ja noch. Hier ist noch ein Geheimnis. Auch cool. Und da gehen wir mal hin. So, das war's schon. Fünf haben wir vergessen, aber nicht schlimm. Wir haben dieses Level geschafft hier. Wunderbar. Und es geht weiter. Wohin? Wohin geht's weiter? Das werden wir gleich sehen, Freunde. Ach, das Sanktum. Jetzt kommen wir ins Sanktum rein. Okay. Es ist dunkel. So, von jemandem zurückgelassen. Das wird ja den Weg weisen. Ein Schweißbrenner? Echt jetzt? Okay. Okay. Alles klar. Dann suchen wir mal. Müssen wir eigentlich hier Leute finden? Vier Stück. Okay. Das ist ein Schweißbrenner? Na gut. Wenn das so ist, dann ist es so. Das versteckt eigentlich hier. Ich muss mal kurz gucken, nicht, dass ich was verpasse. Auch nix. Hier eventuell. Ziemlich dunkel hier. Dunkel wie ein Bärenarsch. Ah ja, noch was versteckt. Okay. Alles klar. Es war tief. Wieso ist hier eigentlich ein Weg hin? Ist hier was versteckt, oder? Okay. Dann müssen wir jetzt mal hier runterklettern. Schön vorsichtig. Nicht wieder klatschen lassen. Wieder so eine dunkle Passage hier. Okay. Was haben meine Freunde finden hier? Sinnoh, vier Stück. Okay, hier ist das Portal. Das heißt, wir müssten ja in der Nähe sein. Da ist einer. Ach, den muss ich heilen? Okay. Nehmen wir den gleich mal mit rüber wieder. Mal mit. So, einer ist gesichert. Wunderbar. Liegt da einer, oder? Ach, da liegt noch einer. Guck an. Schicken wir den auch gleich zurück. So, 50% geschafft. Und bei 80% Heiz. Natürlich müssen alle vier empfinden. Sonst sind es nur 75%. Okay. Vorsichtig, ich kann nicht abstürzen hier. Weiß nie hier, was das hier schön ist. Oh, ein Geheimnis. Sehr gut. Einmal Gelee gefunden. So, hier ist noch einer. Mal den retten. Ist da noch einer versteckt, oder? Einer fehlt da noch. Da muss er ja noch irgendwie unten sein. Hier vielleicht? Nein, auch nicht. Aber ein Geheimnis. Nicht gerade so kreativ, muss ich sagen. So, wo ist der letzte? Hier ist noch einer. Wunderbar. Einmal heilen, bitte. Das haben wir schon mal alle gesichert. Das ist gut. Aber wir sind noch lange nicht durch hier. Wer weiß, was uns hier noch erwartet. Geht's nicht weiter, oder? Nee. Hier geht's weiter. Oh Gott. Das war jetzt echt knapp. So, was haben wir denn hier Schönes? Einen Eingang. Alles klar. Gehen wir mal rein. So. Das Sanktum übrigens soll sehr gefährlich sein, laut den Erzählungen. Wird hier irgendwas gezüchtet? Wird hier irgendwas gezüchtet? Sieht aus. Sieht aus wie in einer Matrix. Vom Film Matrix, die ganzen Embryonen. Läuft er automatisch? Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Das ist also das Sanktum. Das Sanktum. Das Sanktum. Und. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. We're all keepers here since the beginning. What do all of you keep? We keep the oldest things, eh? Dangerous things. Each other. And the secrets. The secrets? Secrets. Of crimes hidden throughout time. Long since buried in lies. Lies you know as history. A false history written in our blood. These walls hold the memory of what happened. What really happened. For the keepers remember everything. The memories are most dangerous things. Things that would threaten even the most powerful bloodlines. That rule the industries of Oddworld. They would destroy this place if ever it were discovered. This is why our keepers. Their memories must remain hidden. Must stay secret. But only for so long as it takes you to unleash what's coming. What's coming? What do they know? They know what you need to know, eh? But you're unable to see it. Just yet. Just yet. Just yet. Down there? Down there? Down there. Where you can return with the eye and receive the branding. So you can see. The branding? The branding? Mmhmm. And it will go right... There. You can return with the eye, eh? Okay, so long as you remember. They don't like the light. Okay, jetzt listen mal ein bisschen mehr über die Geschichte und irgendwas hat da unten jetzt geschrien. Okay. Und sie fürchten das Licht, das heißt wahrscheinlich mein Gasbrenner. Oh, das Skelett, das heißt, es ist noch kein Leben hoch, oder? Okay. Ich lese das ganz kurz nochmal hier. Hand drauf drücken. So, nur der, der das Fragenauge trägt, soll da den Ausgang offen stehen. Okay. Alles klar. Wir speichern hier. Du musst etwas finden, das sich das Fragenauge nennt, damit du es gruseligen Wächtern bringen kannst. Gut, Freunde, wir machen das nächste Mal weiter hier. Es scheint jetzt ein bisschen gefährlicher zu werden, weil ich irgendwelche Schreie gehört habe von irgendwelchen Tieren oder so. Ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Karsthoffmann. Tschüssi.